Drei, zwei, zwei, uno und Feuer. Ohne Uzi gleich. Und ein Gegner. Ja? Ja. Bei dir? Ja, ist hin. Ah ja, ist klar. Der hat mir einen One-Hit gegeben. Ja, ohne Helm geht das. Das ist ja hart lächerlich. Ja, das stimmt. Aber ich habe ihm auch im Sprung einen gegeben. Geht hoch und holt ihn euch. Der war alleine, oder? Nein. Das war ein anderer, den der Wender gerade geholt hat. So. Ist der noch auf dem Dach oder im Haus? Gut. So, dafür hat er es. Dafür hat er es eigentlich bekommen. Geh aufs Dach. Kann ich dir helfen. Ich komme zu dir, Mike. Tot, direkt gestorben. Okay. Das kleine Haus mit Antenne. Ja, sehe ich. Ja, das sehe ich. Da habe ich aber keinen freien Schussfall drauf. Das sind verschiedene Teams. Okay. Ja, lasst uns mal näher zum Chris gehen. Hab einen gekillt. Nikos, lass mal den hin. Ja, rauf. Runter. Aber ich habe, wie ich unten reingekommen bin, Schüsse gekriegt. Die sind hier rechts irgendwo. Rechts muss auch noch was sein. Oben am Berg. Zwei gekillt. Schön. Ah, ich sehe noch einen. Wo? Wie kann ich das beschreiben? Von mir aus 100, äh 300 Grad. Ganz nah bei mir. Hier an dem gelb markierten Haus. Da ist er. Ah, er ist gerade mitgellaufen. Oben in dem Haus bei Norton ist einer drinne. Sieht zumindest so aus hier. Der rechte ist Herrote. Ich glaube, da hat sich was bewegt drinne. So, meine HE. Und da war ein Gegner. In dem Haus ist er wahrscheinlich drin. Fuck. In welchem Haus? Den mit der Antenne immer noch? Na, nee. Also, weiß ich nicht. Ich sehe da einen. Da ist einer gecroucht. Da croucht einer. Da croucht einer. Ah ja, da ist einer tot. Hab ihn. Das ist der, wo wir bei dem Thema wären. Hinterm, ach so, hinterm Haus. Ich glaube, da ist noch einer, wo der... Da hinterm Haus ist noch einer. Erschstum hin. Äh, später. Später, später. Ich bin nicht. See. Also, da wo ich den eben gekillt hab, da ist noch einer in dem Haus drin, glaube ich. Ja, ja. In dem kleinen. Ja, in dem kleinen mit dem Spitzendach. Ah, okay. Na, wir sind noch schön in der Zone. Ja, rechts, rechts. Nordwest, Nordwest. Ja. Ist tot, ist tot, ist tot. Ja, ist. Ich weiß nicht, ob der das war. Ja, ja, den habe ich auch gesehen. Der ist hinterm Haus gerannt. Aber hier drin war einer. Ich weiß nicht, ob der tot ist. Hier drin. Ja, der kam hier rausgecroucht. Der liegt da an der Mauer, glaube ich. Chris, kommst du? Ja, ich hab noch fertig gelootet hier. Ähm, am Wasserturm in der Nähe irgendwo. Du bist eigentlich recht close. Ja, irgendwo am... Auto, jetzt kommt ein Auto. Ja, es kommt von oben, es kommt von oben. Ja. Ja, da ist es. Willen die aussteigen. Tot, 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 tot. Beide. Alter, du hast alle gekriegt. Nice. Ja, warum brennt du sie? West. Das sind die zweite, die ich hatte. Ich hab den getroffen. Zwo mal. Vom Tower? Ja. Fuck. Die kommen hier im Auto. Die kommen hier im Auto. Oh, einer ist gerockt. Wo ist der? Noch einer ist gerockt. Ab, alle, alle tot. Nice, 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 Junge. Oh, aber das wird knapp. Du bist vom Berg oben. Ich muss mich heilen, das wird knapp. Aber auch von hier aufpassen. Von den Häusern. Ja. Oh, da ist einer. Direkt vor mir. Ist tot, direkt gestorben. Schön. Ja, halb rechts, halb rechts. Von vorne, von vorne. Ja, von vorne. Ja, ist weggelaufen. Ich hab mich verscheucht. Wir müssen noch ein bisschen rein. Wo war der denn? Äh, 330 Grad circa. Ja, der ist weggelaufen. Weiter rechts. Da schießt noch einer. Aber der trifft nicht. Die Schüsse sind noch nicht auf uns. Da ist so ein kleiner Vorsprung. Da könnten wir dahinter. Wo die zwei Felsen sind. Hier ist es. Oben bei. Da steht einer. Da stand einer. Ich hab ihn gesehen. Wir bleiben jetzt erstmal hier drin. Ähm, bei 210. Ziemlich weit. Am anderen Ende der Zone. Und nein. Norden schießt auch einer auf uns. Ja, ja. Den hab ich gehört. Achtung. Von Süden. Oder? Die Mini. Boah, das ist... Nee, nee, nee. Geh mal hier im Jahrfall. Zone sind wir alle in einem Baum. Oh, nice. Also, wenn wir jetzt da rechts zu der engen Zone gehen. Oh, der ist ziemlich nah, der Typ. Der ist ziemlich nah, der Typ. Der ist hier noch auf. Der ist ausgemacht, der einen. Zwei Leute, zwei Leute. Zwei Leute. Leute, warum geht der da auf? Ich hab eine HE geworben. Ey, gestorben einer. Ich hab die hintere. Oh, okay. Ein bisschen, ein bisschen. Äh, ich bin dick in der Zone. Der schießt da noch, ne? Da ist noch einer, ja. Ne, ich mein... Ja, genau, Chris. Ich meinte dich, ja. Ich muss mich unbedingt heilen, ne? Also, da kommt jetzt gleich einer, denke ich. Wo du einen getötet hast? Ja. Mit der Granate. Äh... Chris, da vorne waren auch Schüsse, ne? Wo du bist. Aber vielleicht ist der weggerannt. Meinst du mich? Ne, ne, ne. Nimm mich. Ich guck mal in deine Richtung, Chris. Ob da einer kommt, aber ich seh keinen. Ich hoffe, du hast hier alles abgedeckt hier hinten. Ja. Nur in dem Stein da hinten dran. Weiß ich nicht. Bleib du da auf der rechten Seite. Chris, du bleibst ein bisschen links, wo du bist. Ja. Ich seh einen am Stein. An welchem Stein? Fuck, man. Ich seh den auch. Das sind drei Leute. Drei Leute sind da. Am Stein, ja. Drei Leute am Stein. So, da kommt er. Kann ich zu euch kochen, bitte? Ja, ja. Ich hab einen ausgenockt. 285 am Stein. Ja. Das sind drei Leute unter vier. Du hattest einen Karkschuss noch von rechts, ne? Ja, anscheinend. Einer ist gestorben. Ja. Noch einer gestorben. Hat die aber noch 5,5 Moni für mich? Äh, 285 zwischen den Bäumen. Hier. Danke. 285 zwischen den Bäumen. Ich seh sie nicht. Nah oder close? Zwischen den Bäumen hier. Warte, da mit dem Arsch sieht man doch. Nee, ich seh den nicht. Sorry, ich seh den auch nicht. Wir sind auch ein bisschen anders, ähm, als du. Der ist da. Ich hab grün markiert. Ach, da rechts? Okay. Zwischen den Bäumen. Hat einen Hit. Hat einen dicken Hit. Oh. Ein Karkschuss. Da sind zwei anscheinend. Headshot. Ausgenockt. Oben war ein Karkschuss irgendwo. Ich seh die ganz. Muffen wir zum vorderen Baum. Pass auf, Chris, dass er da vielleicht ist. Da ist einer, da ist einer. Rechts, rechts von dir, muss er vielleicht sagen. Ach, hier, rechts von dir. Da croucht einer. Ah, da. Ist tot? Ja, der eine ist hinter dem, äh, anderen Baum bei 300. Hab ich den gesehen, wie der sich bewegt hat. Fuscht euch hoch, wir müssen in ein paar Sekunden rein. Ich bin drin. Du bist drin. Ja. Von links, links noch, links und rechts. Ah. Es holt der einen rechts und von links kam noch ein. Von links kam noch Schüsse. Den rechts nehmen wir, den. Den rechts nehmen wir einen. Komm. Den rechts, der ist drin und den nehmen wir einen. Von links kamen Schüsse. Ja. Wir sind nur noch zwei. Noch zwei, ja. Oben, 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 oben. Er hat ihn gesehen. Bei 250, der läuft, der läuft. Einer ist ausgenockt. Schön. Nice. Alter, nice. Wuh. Schön, warte. Schön. Einwandfrei. Boah. Kann ich den Alex auch wieder entmuten? Und ich hab meinen Rekord geknackt mit 14 Kills. Oh shit. Ich hab vier. Ich hab sechs. Nice. Na, da haben wir doch 24 Kills. Jungs, ich hab euch gesagt, ich hatte es im Urin, dass das eine Rekordkirche war. Und ich hab mich gesagt, ich hab mich gesagt, ich hab кажется, ich hab dann noch allen.